So, Joachim Jutta und der kleinen Thomas. Oh, oh, Thomas, Thomas ist schon auf weite Reise, unterwegs. Oh, Thomas verdrückt ist. Thomas reist aus, er hat die Schnauz voll von Joachim und Jutta. Ich ging ihm im Schluss auf den Sack. Er ist jetzt abgehauen. Joachim und Jutta, stehen wir noch. Ja, wir warten noch ein bisschen. Joachim? Oh, fuck, nicht, da fällt er aus. Das ist der Fall jetzt schon. Mann, Joachim, Alter. Joachim, Joachim, geht zu S-Bahn. Oh, der ist doch die Rüttelbüste. Nein, nein, Alter, Joachim. Joachim bleibt nach Berlin. Ah, aber Jutta, Jutta, ho, ho. Und Jutta gibt Gas. Wird auch langsam zeitwürdig sein. Denn Thomas wartet da hinten auf sie. Aber Jutta kommt mir nicht zu Potte. Ich trinke jetzt das von Schluck aus meinem Mecklenburger Quelle. Mecklenburger Quelle. So, machen wir weiter. Ja. Ja, Thomas ist schon in Richtung Berlin unterwegs. Ah, hier kommt noch. Jutta bewegt sich noch ein bisschen. Komm, komm. Na, wer ist denn da? Joachim, Volk deiner Mutter. Nein, Mann, Joachim ist der Vater, Alter. Ach so, scheiße. Thomas ist der Schmock, ey. Okay, Thomas ist schon weggerannt. Jutta ist auf dem Weg, um mich zu suchen. Und jetzt kommt, glaube ich, in die falsche Richtung. Komplett falsch, Jutta, Alter. Jetzt habe ich Joachim verloren. Ah, jetzt schützt hier in der Ecke. Ah, Jutta hat hier die Richtung gefunden, ja. Da ist Jutta unterwegs. Jutta gar nicht. Doch, die steht ja vor dem Pfeiler. Ach, klar. Komm, Bus.